hallo und willkommen zurück auf meinem kanal heute nicht mit einer messer vorstellung sondern mit einer kurz meditation möchte ich das mal nennen über die frage welches klingen finish man so bevorzugt und ich kann mich da immer so gar nicht am ende gibt es für mich selten den ausschlag sein besser wirklich ins herz zu schließen oder zu sagen es geht gar nicht das bleibt beim händler oder es muss mich schnell wieder verlassen also das mache ich eigentlich nicht am klingen finish fest aber ich weiß ja nicht wie es euch damit geht wie gesagt ja ganz unterschiedliche sachen also ich fange mal mit dem leicht aversierten bei mir an und dass ich habe da wirklich ich ringe da immer mit mir auf der einen seite sieht es toll aus auf der anderen seite nicht so praktisch und das sind wirklich polierte polierte klingen das ist das kann seinen charme haben und sein liebreit entfalten aber ich komme damit nicht so richtig zu pass also poliert ist schon mal so eine sache was sehr gut geht sind so leicht mattierte also wir haben hier das bürger tech plus wen das interessiert ich schreibe das alles noch mal die beschreibung glaube ich das kaiser lieb das ist dann schon eher meins und zwar das so ein leichten leichte mattierung das also leichte satinierung muss wahrscheinlich sagen das kommt mir ja entgegen das funkelt dann nicht ganz so wie man fühlt sich das so nennen wir eine bordell tür also nobody führt das mal im mund grüße an laus ja das ist schon eher meins muss ich sagen das ist schon eher meins was in letzter zeit bei mir ziemlich häufig den weg gefunden hat zu mir ist stonewashed in unterschiedlicher ausprägung das hier schon ziemlich konsequent gedimmt möchte ich sagen ja das hat auch den vorteil dass man die gebrauchsspuren da nicht ganz so hat also bei polierten klingen ist das das sind mal schnell die kratzer zu sehen hier ist das relativ naja naja es hält sich in grenzen um den satz zu beenden ja oder eben auch jetzt das ökabalo oak tree mit der geätzten klinge das hat auch mal seinen charme ist aber auch nichts was mich die ganze zeit irgendwie begeistert irgendwie habe ich da ja so konjunkturen ja wie das ja immer ist mit vorlieben genau also geätzt und ich habe bestimmt noch ein paar vergessen aber das was mir auf die schnellste eingefallen ist oder eben hier blackwashed wie hier beim geo das gefällt mir auch ziemlich guten sie sagen blackwashed ist auch die sache aber wie gesagt mit polierten klingen das muss ich ehrlich gestehen ist nicht wirklich meins da komme ich nicht so richtig hinterher ich kann auch nicht genau erklären warum vielleicht ist mir das auch zu unpraktisch was für die kamera weil ständig irgendwas blitzt und blinkt und bei anderen messern ist das meistens nur der anschliff sozusagen und hier ist es das komplette komplette griffstück griffstück quatsch klingen stück mein gott man kommt schon völlig entschwimmen ja da würde mich interessieren was habt ihr für favoriten woran macht ihr das fest ist das für euch ein abtürmer oder ein argument zum kauf zur anschaffung zum liken oder zum verdammen ja das würde mich interessieren ja könnt ihr gerne auch als va machen aber generell würde mich interessieren gibt es da irgendwie vorlieben oder geht es euch genauso wie mir dass das zusammen von der gesamtheit des messers abhängig ist oder dass es so phasen sind wo man denkt ja man braucht mal ein bisschen mehr strahlkraft im leben oder man ist eher ein bisschen bedeckter halten hängt sicherlich auch vom einsatzzweck ab also ich glaube mit einer polierten klinge in der natur rumflächen ist immer so eine andere sache und bei gebrauchsmessern da denke ich so an mein cold steel band mini das hat so ein polierte vg 10 klinge das das wirkt dann immer ein bisschen platziert wirkt es auf mich also dass alles natürlich nur unter dem persönlichen vorbehalt das würde mich mal interessieren schreibt es gerne in die kommentare unter diesem video das würde sicherlich meine sicht der dinge erweitern und da habe ich ja immer interesse dran zumindest mühe ich mich redlich genau das wollte ich nur kurz mal in diesem video einfragen vielen dank für die aufmerksamkeit dann das versprochen bis zum nächsten messer